Jetzt kommen wir zum zweiten Punkt der Tagesordnung, Bericht des Ausschusses für Menschenrechte. Wir kommen nun zum zweiten Punkt der Tagesordnung, einen gemeinsamen Antrag von SPÖ, ÖVP und den Grünen. Für den Schutz der Menschenrechte im Internet sprechen sie sich für ein stärkeres Vorgehen gegen Hasspostings im Internet aus. Die bisherigen Bemühungen der Bundesregierung seien, um konkrete Maßnahmen zu ergänzen, wird gefordert. Denn Hasspostings gefährden die demokratische Debatte, dass sich verstärkt Personen Gehör verschaffen, die besonders aggressiv vorgehen. Heißt es darin, erster Redner Philipp Schrangl von der FPÖ.